So, damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Season 4, hier, äh, Season 5, Season 4, lustig. Ja, wir sind alle hochmotiviert. Okay, Bugfest, Bugfest, nein, 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 nein. Ja, weißt du, ist so geil, ne? Jetzt spielen wir das erste Mal, ja, super. Jetzt spielen wir das erste Mal die Version 1.8.1, ne? Was der erste Satz, also, und die ist für Bugfix ist, ne? Das ist der erste Satz, den ja Niklas sagt. Nein, ich Bugfest, Alter. Schon wieder so zeichnen für dieses Spiel, scheiße, Mann. Ja, ich komm nicht von der Stelle, what the fuck. Ich komm nicht von der Stelle, what the fuck. Ja, ich bin jetzt extra schon neugeschätzt, ich bin schon noch Schaden. Muss kurz warten, jetzt kriegen. Nicht bewegen und dann noch nach kurzen Zeit musst du rumgucken. Oh, G-Fight, hallo, was schlauert du? Hallo, 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 ne, will ich nicht, sonst würde ich so, nein, Hilfe, bleib mir aus dem Haus, bleib mir aus dem Haus, nein, nicht, nicht wegbuddeln. Hast du doch gelernt. so ja ja backtown oh juhu was jetzt gut so kommt tick du bist ich nur noch nicht aber es ist ja für mich da ist ja für mich da ist ja für mich da aber er haben richtig nein niemals nein niemals nein niemals er auch scheiße oh nein ich bin ohne gefangen du wirst ja wohl nicht in mein haus gegangen sein nein okay dann spreche ich lieber mal zu das ist ja jetzt quatsch das aber du bist doch dran niemals du nicht du nicht du nicht ja eben hier ach nee ach genau und doch eben das nichts nichts das riecht doch hier schon wieder so verdächtig nach irgendein geheimgang das ist jetzt quatsch und nie hat sich die haare blont gefilmt 8 und der eine andere ist nahe in der anrufe er an die jetzt meine echten spitzelgekoppel aber auch im Nö Affe ein nein jetzt lasse ich dann meine Ruhe beteilten erfahrt so wird schon ab und es einmal leise jetzt und nein und nein ihr könnt mein Geheimgang entdecken ja nie ich habe Ich werde nur gemobbt, ey Marcel hör mal auf, ich bin gleich tot Ja, weißt du, er haut mich die ganze Zeit, weißt du, und dann sagt er zu dir, ey Marcel hör mal auf, ich bin gleich tot Ja, ich hatte nur noch zwei Herzen Ich hatte nur noch zwei Herzen Eigentlich hat ein Mensch schon mal eins Okay Oh man, ich geh mal hier jetzt besucht in so ner geilen Bude Als Maul verpiste ich So, ich will jetzt auch nicht mehr besucht werden hier in der Nacht krampen Ich mach doch gar nichts, lass mich, was hast du nachts, ich trank, ja, ne? Nein Nein, niemals, ich weiß nicht, was du meinst Das hab ich noch nie zuvor gesehen Das hab ich noch nie zuvor gesehen Weg hier Nein, lass mich, nein Weg hier Das hab ich noch nie zuvor gesehen Kleiner Krauten Oh, ich bin jetzt ein ganz böse Das hab ich in allen meinen Jahren in der Wissenschaft noch nie gesehen Das ist ein Hamster Hihihi Hey Hihihi Oh, das wird's böse Ne, da, nein, nein, da greife ich direkt durch Stattet den Server nach hinten Dann kann ich halt nicht toggle down voll machen, das tut mir leid, wird das Gebannt Ne, ich hab nur den Server ausgemacht 5 3 8 3 3 Scheiße, scheiße 5 3 8 3 3 Kacke Aber ich wollte böse sein Was? Das für eine böse sein Böse sein Böse 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 sein ist böse Was? Ja, ich war gespielt Oh Gott 8.1 Bugfixes Yo Wahrscheinlich, oder? Props an Java Ja, Props an Java An Mojang An Mojang Java ist auch scheiße So, jetzt Das ist die gleiche LP Stimmt ja, das hab ich ja hier Ah Hurensohn LP Bist du jetzt, oder was? Hast du hier umgenannt Von Check-It-Verfahren Übrigens müsst ihr bei Check-It-Verfahren unbedingt mal vorbeigucken Das eine Video, was online ist, ist ziemlich geil Der Schnitt ist der Hammer Achso, wollte ich nur mal zwischendurch sagen Ne, ja, aber der ist schon nicht so schlecht, ja Finde ich Was ist? Was wolltest du hier an die Glas? Was wolltest du sagen? Nichts, ich hab gesagt, feeling gut Ja Ne, ja, aber hier, das war auch nicht so ganz ohne Arbeit Ähm Und das Video-Objekt ist natürlich noch viel krasser Das Video-Objekt ist also Ja, relativ scheiße Nein, nein Spaß, Alter Was soll ich besser hatte Ja, genau Schöpfer 3-Lex Habe Wohle Schöpfe Ey, wisst ihr, was ihr wisst ihr, was passiert ist? Hm, Fick Ne, ich wollte nur mal wissen, ob ihr vielleicht irgendetwas wisst, was passiert sein könnte Ähm Vielleicht ist es irgendwann vielleicht irgendetwas zerstört Ähm Nein Weg Was könnt ihr nur meinen? Ja, okay, jetzt Junge, hau aus Jetzt kommt wieder irgendeine Midlife-Crisis-Story Nein, und zwar, ja, Niklas, haben wir ja in dem Realflug zum Lotto gesessen, ne? Ja, und der war ziemlich cool, und jetzt hab ich das Video angefangen zu schneiden Oho Ja, das war eigentlich alles Ja, das war eigentlich alles Hast du ein Real-Life-Video gemacht? Ja, hier Aber ich will dich da nicht sehen Arschloch Keine Sorgen, sein Gesicht sieht man nicht Achso, nein Ja, stimmt, ist ja aus meiner Sicht quasi, weißt du, du siehst also nur das Innere meiner Augen Ja Einfach wie in so einem... Du siehst mit dem Ding, was Silas schon angepackt hat Achso Ja, jetzt wird's wirklich eklig, ey Jetzt reicht's aber so langsam, ne? Jetzt reicht's Es war alles so, wie es ist, also wer wird's oder nicht so Oh, wie süß war das denn? Oh, was war das denn, bitte? Äh, Iche Äh, Iche Oh, wie süß Äh, Iche Oh Gott, ey, was war das denn? Äh, Iche macht es Oh Gott, ey Wie geil, was das denn jetzt, bitte? Nicht unterdrücken, ey Ich konnte das nicht unterdrücken, ey, wie geil Halten wir an dem Plan fest? Oh nein Ja, auf jeden Fall Oh nein Bist du das auf die Schnauze an? Ja, normal Achso Ich dachte, jetzt kommt schon irgendwas hier in meine Kraft, aber nein Ja, dat auch Ja, dat auch Ja, da eine TNT-Plantage unter deinem Haus Achso, ne Plantage, nein, voll direkt Der baut immer TNT Weil jetzt wenn du einmal TNT-Plantage einfach Voll geil TNT-Plantage Wächst da mehr TNT draus Dann wachst da mehr TNT auch so Du wachst mittlerweile TNT okay Ja, wächst gesagt So wie sein Bein Wachst ja einfach TNT Ich hab nicht mal ehwachs gesagt Okay Egal ich sagна schaisch Schau aber Wachst das reicht Hast du überhaupt gelernt alter was schlaf hast du Oh fucking mann hast du überhaupt gelernt du Arsch Oh Gott El 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 ob koßen einfach so wie ich bin jetzt auch einfach ist das nicht der uhr geist stammt immer sondern die snitches ja die hinsen die uns ist okay die lasse mal wie die mich in der klasse nennen er kommt nicht mehr turen so machen ich wollte gerade sagen hübschen so gut die nennen dich wahrscheinlich alle Prozent Pippi Langstrumpf die Verlust aus dem Weg für euch für uns er hat er auf dem Fall er hat er wohl das so es soll ich ihr lach morgen mehr aber er war nicht so gut ja Niklas der war das war kein Witz das war er so eingeschränkt soll ich mal also sagen wir mal so und da und die Welt hätten bessere geschehen wird und ich weiß ja was da und sind rum ist was überrasse ich überhaupt schon mal näher damit beschäftigt wir haben die ganze Zeit das da und die Trisomie 21 er okay und wie genau entsteht dann das Dorn sind rum was das Dorn sind um ein wenig werden Trisomie 21 Trisomie 21 ist Dorn sind um sind exakt das gleiche ist das so er ist wegen sache ich ja wie entsteht denn diese Trisomie Auer es hat sich die Aufmerksamkeit ist es gleich stimmt Mara die ich gucke nur noch grüß und klatscht sich ein Ding Trisomie 21 jahre hatten wir alles jetzt vor kurzem ist und ich hab's jetzt schon wieder vergessen so meine Kraft Wigi natürlich mit G geschrieben ist und schafft sie so ich habe im Hintergrund übrigens wieder ein Mixel 20 dann durch einen Genfehler beziehungsweise einfach durch einen Fehler des Samens oder der Befugel zu befruchtenden Einzelle Prozent 2 Prozent dieser Prozent Kosen mit hat also dieses Kosen 21 und wenn dann zwei Prozent und dann noch ein was dazu kommt dann entsteht der Trisomie 21 was den Menschen zwar leben lässt aber Prozent sich in ein bisschen und fünf Prozent zu spüren ja Jungen nur weil du dämlich bist und braucht es ja nicht heißen dass die anderen auch dämlich bleiben wollen und das haben wir nicht gesagt also ich finde das ist ja gar nicht so dämlich genau du kleine Mistratte Alter ja du Mistratte so geil weißt du erstmal wusste ja gar nicht was er sagen soll genau du kleine Mistratte trank dir ja Schnelligkeit Zucker das Haarwort wollte ich jetzt nicht raushauen hier einfach so ein Video so trocken wolltest du ja das ist aber es ist aber das ist das war das ist das ist das ist das Wort Mutter wollte jetzt nicht raushauen der sagt Hitler ich dachte Hitler wäre gemeint aber das hat ich gedacht Heroin ja das wird sein Heroin auf jeden Fall ja ja ah hier guck mal ich ein 1 Oh Laufen ins Pferd ey ich mache mal bitte die Pfeile ich mache mit dem Pfeiler mit dem Pfeilen kann ich nicht viel anfangen wow 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 schön aus der Join eine zurück Trommeln das nouvelle 2 2 2 2 2 4 1 mit einem Maul ja Niklas so wollen wir ja gemeinsam wieder raus ich meine ich ich glaube ich habe die anderen Dinge zugebaut damit ich weiß dass ich nur hier lang gehen muss die hat mich ja leider wieder aufgemacht du bist ja richtig klug bist du da erachtern ich renne für die weg Raja Sacka war um dies erst kann dies ab wie man es auch nennt in der Zuckersprache ist ja nicht was weiß das ja auch noch machen wie nennt man das noch mal was um jetzt nicht abgehoben geklungen was GLP ja man macht dieses wahre Ding dieses Vierkampf oder so ach ja weißt du was ich mein dieses diese Arena Kämpfe ja ich guck doch GLP nicht man das macht angespielt doch auch ja ich guck doch auch umspielt nicht so wirklich was guckst du überhaupt ey ne hast du ihn gehört ne schade das wäre wahrscheinlich sehr witzig geworden das regnet einfach draußen oder regnet das draußen oh oh nein ok das gut ich hoffe dass ich euch nicht zu laut eingestellt habe ne kein bisschen niemals ne ne kann ja gar nicht sein Arschloch oh nö ich muss mir was essen und der Regen warum leckt es eigentlich durch den Regen ich zwar ehrlich ich muss mir echt mal ich muss echt mal gucken woran das liegen könnte dass mein Kraft bei mir leckt das geht ja gar nicht ne ne das geht wirklich nicht weil eigentlich nervt mich das sogar total traurige Situation mein Freund laber nicht so viel du Arsch warum wer bist du das sag ich dir nicht sonst haust du mich und dann muss ich wieder blüten ich ich